Hallo, ich bin heute im Gegend bei den Künstlern von Amor Loca Tattoo, Sanni und Stefan, der gerade sich da hinten verkrümelt, die mir heute etwas wehtun werden. Die Dame des Hauses. Und der Chef. Und die heimlichen Herren. So einen Tatisblau nehme ich mir mal einen mit. Bisschen was farbiges. Warum supplyst du den Künstlern? Warum? Wohl, wohl. Wohlckaweig. Wohl, wohl, we obn vereddha' ich. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.